Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen heute mal bei DocStyler in Soos. Ich habe heute jemand ganz besonderes zu Gast und zwar die liebe Franziska Benz. Hallo Franzi! Hallo und danke. Freut mich, dass du da bist. Freut mich auch, Vera. Franzi, man kennt dich ja eigentlich mehr so als Schauspielerin in der Serie Alles, was zählt. Richtig. Ja. Wie kommt es dann, dass du heute hier bei uns bist? Wegen dieses wunderbaren Wesens an meiner Seite. Dem Django. Dem Django, genau. Wir wollten einfach mal gucken, wie euer Store aussieht und ich habe DocStyler schon sehr lange auf dem Schirm. Und ich finde die Produkte richtig, richtig gut, weil die eben authentisch und exklusiv sind. Und ja, da dachte ich, kriegt der Kleine mal eine Überraschung. Du bist in deinem Job als Schauspielerin ja wahrscheinlich ziemlich viel auf Achse, ziemlich viel unterwegs. Wie kriegst du das mit Django unter einen Hut? Wie machst du das? Also ich bin tatsächlich viel unterwegs und ich habe das Glück, dass er irgendwie einfach immer bei mir sein will. Und Hauptsache, er ist immer dabei, deswegen ist er zum Glück sehr, sehr entspannt, was mich natürlich voll erleichtert. Und ja, jetzt ist es natürlich noch besser mit ihm im Auto unterwegs zu sein, weil ich vorher so ein bisschen gemieden habe mit ihm viel und lange Strecken zu fahren, weil er nur im Kofferraum mit einem Gitter lag und das ist jetzt nicht das Komfortabletste. Ja. Und das sicherste auch nicht. Ja. Und jetzt ist es natürlich ideal. Der ist direkt rein. Ich glaube, ich kriege den da heute nicht mehr raus. Jetzt ist dein Dockstaller eingebaut. Heute kannst du eine mitnehmen. Gefällt dir? Also ich finde es super schön. Also genau meine Farben passt auch richtig gut zu seinen Farben. Schwarz-Weiß, wie immer. Und also es sieht hammer schön aus. Es passt perfekt in den Kofferraum, was natürlich richtig gut ist. Da rutscht nichts, da wackelt nichts. Und wie gesagt, er fühlt sich einfach pudelwohl und ich würde mich da auch direkt mit reinlegen. Ganz ehrlich. Ich glaube, oh ja, jetzt sieht man auch, das findest du bequem. Super, ja gucke mal. Ja, ich würde sagen, er hat seinen Dockstaller schon direkt ins Herz geschlossen, oder? Ja, definitiv. Dann könnt ihr demnächst noch viel mehr Auto fahren, als es eh schon macht. Da freuen wir uns drauf. Richtig, ohne schlechtes Gewissen. Da freue ich mich sehr drauf. Super. Liebe Franzi, dann vielen Dank für deinen Besuch. Vera, ich danke dir. Allzeit gute Fahrt euch beiden. Kommt gut nach Hause und lasst zwischendurch mal von euch hören. Wir würden uns freuen. Das machen wir. Vielen Dank. Ciao.